Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein witziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gervaux wäre beinahe gefahren. Und, da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch. Dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Puckles' Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Ich begleite euch auf der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Ihr seid bester Laune, Chef. Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Und diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie. Aber sie war nur ein günstiger Zeitpunkt. Götting Fortuna, schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Kann dieses Fass auch schneller? Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Ein Fall! Vielleicht wollte er jemanden treffen. Dann schießt dies auch Piraten. Er verholt sein Schiff. Etwas muss geschrien sein. Er war lange auf Reise. Jetzt können wir ihn schnappen. Smith verwaltet die Reichtümer der Tempel. Was ist der aus dem Weg? Washington vertraute ihm die Vorläufer-Schatulle an. Könnte sie noch raten? Kein, Herr Dreck. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kaffern oder ihn zum Stranden zwingen. Seht, Captain. Er bricht durch das Eis. Wir bescheißen nicht der einzige mit dem Rang. Er bricht für seinen Schiff. Verstöpft die Schatulle! Hoffentlich ist unser ebenso gut. Das ist nicht mehr in die Kohlfauer. Es klappt. Der Weg ist frei. Und erneut ist euch das Glück, Tron. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln. Smith entwischt uns. Eine Falle! Aber hier ist die Jaffler noch besser. Smith darf nicht entkommen. Feuer! Das ist die Jaffler noch besser. I can shoot him! I can shoot him! Wo ist Smiths Schiff geblieben? Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Wir finden ihn. Wurden voll getroffen! Feuer! Nein, sie ist falsch! Feuer! 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 Wurden voll getroffen! Feuer! Da muss ich ihn enttäuschen! Er ist noch in Reichweite! Alle Segel setzen! Alle Segel setzen! Wurden voll getroffen! Wurden voll getroffen! Oh! 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 Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Feuer! Feuer! Wir dürfen die Schatulle nicht gefährden, Captain! Feuer! Was? Ich zimpe! Wo ist doch stürmt die Schatulle? Der Bastard hat ein Lager hier. Furcht die Mann ab. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wachvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Häft jeden Zollsegel. Brahm- und Marssegel festzummen. Dann gehen wir los. Gut abdichten, sonst nicht! Ich versuchte ihn. Captain in the bush! Wir're not losing that fight. Ich versuchte ihn. Das ist Schlacht. Oh Gott. Das ist eine Schuss. Hey, where do you think you're going? Huh? Will you get locked here? Thomas! You time! You can't escape, huh? Get on this line! Hey, where do you think you're going? Clear shot! You get locked here! Thomas! Let's go! Die Bruderschaft benutzt euch. Das kann nicht sein. Nein! Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017